Florian Silbereisen, jetzt packt sein Freund aus. Hat man wenig Zeit zusammen. Seit Wochen muss Florian Silbereisen, 42, fiese Lester-Attacken aus allen Winkeln des Showgeschäfts ertragen. Ob als Traumschiffkapitän oder Entertainer, es scheint, als könne es der Schlagerstar niemanden recht machen. Gegenüber Schlager.de packt jetzt exklusiv ein guter Freund von Florian Silbereisen aus und erzählt, wie Flori wirklich tickt. Florian Silbereisen ist ein echtes Multitalent. Als Traumschiffkapitän bereiste er die Welt, steht als Moderator auf der Bühne und performt derzeit bei das große Schlagerfest XXL. Seine Hits. Er ist ein vielbeschäftigter Mann, das findet auch sein guter Freund Ben Zucker, 40, und spricht im Interview mit Schlager.de über seine enge Freundschaft zu Florian Silbereisen. Auch Ben hat als Schlagerstar wenig Zeit. Ab Juni geht er auf seine Ben Zucker, live 2024-Tour. Dennoch überraschte er seinen Freund Florian Silbereisen und die Fans kürzlich dem Song Schön, dass es dich gibt. Florian Silbereisen, das sagt Ben Zucker über den Traumschiffkapitän. Ein besonderer Song, der eine Hommage an ihre Freundschaft sein soll, wie Ben Zucker erzählt. Florian und ich sehen uns nicht so häufig, er ist ja auch Kapitän nebenbei und viel unterwegs, genau wie ich. Er wohnt im Süden und ich im Norden, also wir sind so weit auseinander wie man auseinander sein kann, sagt der Schlagerstar. Trotzdem versuchen beide regelmäßig in Kontakt zu bleiben. Klar gibt es FaceTime und wir telefonieren und sprechen viel. Aber wir lassen uns auch in den richtigen Momenten in Ruhe, zum Beispiel wenn er Texte fürs Traumschiff lernen muss oder sich für seine Tour das große Schlagerfest. XXL, das Jubiläum vorbereitet. Da hat man dann wenig Zeit zusammen, verrät Ben Zucker im Gespräch mit Schlager.de. Florian Silbereisen, diesen freundschaftlichen Rat gab er Ben Zucker. Trotzdem sei Florian Silbereisen ein wichtiger Mensch im Leben von Ben Zucker. Er hat mir am Anfang meiner Karriere immer geraten, bleib bei dir. Du musst nicht immer alles wissen oder schlau beantworten. Du bist du und die Leute werden schon merken, dass du richtig bist, wie du bist. Weil man sich am Anfang der Karriere schon Sorgen macht und sich fragt, muss ich jetzt irgendwie anders sein? Erzählt der Schlagerstar. Florian Silbereisen sei seitdem ein Mentor für ihn. Der Ben Zucker bei seiner Entwicklung in der Schlagerwelt auch heute noch stets freundschaftlich zur Seite steht.